Ja, zuerst einmal ein Grüß Gott, Servus und ein Grüß für alle hier bei der Stubenmusik. Wir haben heute ein paar musikalische Gäste eingeladen. Den Robert Dammer, die alte Koksnase. Grüß Sie alle miteinander. Und die Heidi. Grüß dich. Grüß dich alle. Pack mal das Buh. Ja, der Gräutner Sepp, der hat ne Kuh mit großen braunen Flecken. Der Meier Franzel, der hat einen Stier. Der soll die Kuh halt behecken. Heraus kam eine lila Kuh und Milka war geboren. Man hing ihr eine Glocke um, so geht sie nie verloren. Milka, Milka, alle Kühe sind lila. Also ich finde, das haben wir ganz großartig hinbekommen. Ja, großartig. Du bist aber auch ein Funskerl, Robert. Das muss ich auch sagen. Das muss ich auch sagen.